Wir alle haben als Kind Dora geschaut. Aber ist euch denn hier etwas aufgefallen? Alles, was Dora auf ihren Abenteuern erlebt, kommt einem schon sehr ungewöhnlich vor. Der Grund dafür würde euch nicht gefallen. Denn Dora leidet angeblich unter dem Down-Syndrom. Der Affe Boots ist die Assistenz- oder Therapietier. Es ist auch der Grund dafür, wieso Dora immer wieder die Zuschauer nach dem Weg fragen muss. Sie kann sich wegen dieser mentalen Einschränkung nicht alleine bewegen. Dazu kommt noch ihr sehr spezielles Armband in den Farben Gelb und Blau. Es ist angeblich ein GPS-Armband von ihren Eltern. Genau in den Farben, mit welchen man auf Down-Syndrom aufmerksam machen will. Es ist natürlich eine sehr wichtige Message. Aber ich kann Dora nie wieder mit denselben Augen sehen. Macht ihr nicht das Plusseck, wenn ich weiter eure Kindheit zerstören soll?